So, herzlich willkommen. Weiter geht's. Ich müsste kurz noch mal hier entlang rennen, weil ich, ähm, ich bin komplett durchgerannt worden, um die GF zu töten, weil ich nicht gespeichert habe. Ich hab's vergessen, dass ja in den Leveln muss man ja noch speichern. Hä? Hier haben wir aufgehört? Und da ist der Penner. Da ist der Penner, den wir, äh, besiegen müssen. Was ist er denn? Wie krieg ich sie denn? Ah, okay. Ich kann ihn also ordentlich. Oh, komm her. Verdammt. Seine Waffe ist aber auch mega übel. Seine Waffe ist echt mega übel. Da hab ich ihn erwischt. So, hier krieg ich die Munition her. So. Ah. Du bist vielleicht der schlauere Aliens. Jetzt hab ich ihn, oder? Komm. Ziemlich einfach, wenn ich ehrlich bin. Also. Gut, jetzt haben wir den zweiten erwischt. Gott sei Dank. Ach. Warum geh ich nicht weiter? Nee, komm ich von hier, komm ich von hier rein? Nee. Hm, komischerweise jetzt ist hier alles kaputt. War auch gut. Ja, da hab ich den zweiten jetzt einfach kaputt gemacht. So will ich mich nicht, äh, dran stören, wenn ich, ne? Hallo? Die Zombies. Achso. Ja, das was Zombies halt so tun, ne? Menschen fressen. Den kann ich nicht haben. Den muss ich aber bestimmt... Warte, was? Alles klar. Ich brauch die Battle Armor. Um vorzuführen. Oh. Zufällig. 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 Ich kann keine... ...Raketen abschießen. Auch gut. Reicht aber. Jetzt haben wir... ...zum zweiten Mann abziehen. Ach, nee. Leert das dann. Komm ich jetzt hier durch? Hallo? Ah. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne einmal... ...ein frittierter Schnitzel. Schnitzel a la Zombie. Der ist tot. Ja gut. Oh, ist mir egal, warum. Ist halt so, wie es ist, ne? Ich weiß auch nicht, in welchen Level wir gerade, äh, wie weit wir sind. Das kann ich nicht, nicht sagen. Ich weiß nur... Ich weiß nur... ...alschne Schnauze. ...alschne Schnauze. ...alschne Schnauze. ...alschne Schnauze. Ich habe keinen der Container gefunden. Die müssen in deiner Nähe sein. Es wird gefährlich, aber du musst raus aus dem Kampfanzug, um diese Situation in den Griff zu bekommen. Alles klar. Raus aus dem Kampferanzug. Um die Situation in den Griff zu bekommen. Ich komme hier raus. So. Hab ich doch gedrückt? Die ganze Zeit. E. Na ja. Alles muss man hier doppelt und dreifach machen. Aber na gut. Das ist hier oben. Wenn ich jetzt hier umsonst hinlaufe. Werde ich sauer. Hallo. Hallo. Hallo Simon. Ah. Nummer 1. Ist dran. Und. Anton auch kaputt. Gut. Da ist jemand. Oder was? Diese Explosion muss bedeuten, dass du einen der Container gefunden hast. Oh. So. Machen wir kurz hier Schaschlikspieße draus. Zwei übrig. Wir müssen dann wahrscheinlich hier sein. Oh. Granate rein. Alles ein bisschen langsam. Nochmal Granate rein. Die Steuerung ist ein bisschen. Die Steuerung ist ein bisschen langsam. So. Eben noch die Waffe wechseln, die die benutzen. So. Scheiße. Hallo. Oh. 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 Was ist denn mit denen los? Warum machen die einfach mal so viel Schaden? Okay. Ich stand halt direkt davor. Oh. Nicht so schlau. Oh. Kann ich jetzt hier mal durch? Hallo? Oder kommen wir noch mehr? Zeig nicht. Mein Gott. Oh. Hier kommt irgendwo was. Da stehen bestimmt welche vor. Ach so. Ich hätte hier wieder rein gemusst. Ah. Leck mich doch. Hätte ich mir auch das Leben sparen können. Tat voll weh jetzt. Auch schon wieder meiner Nähe. Natürliches. Oh. Nein. Ich muss auch noch selber schaden. Da ist irgendwas drauf. Du jetzt. So. Oh. Lecker lecker. Hm. Käppchen. 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 Fliegen. Käppchen. Da ist was kaputt gegangen. Warum auch immer. Plötzlich. Auf unerwartete Art und Weise. Zacken. Jetzt haben wir noch die Mikro-Zombies. So. Raus aus der Armour. Was. Was. Wo schmeißen wir mich jetzt rein. Ich geh kurz aus der Armour. Was ist das denn. Ich geh kurz aus der Armour raus. Und auch immer nur hier. Direkt schon hier drin. Leben regenerieren. Leben regenerieren. Leben regenerieren. Leben regenerieren. Ich glaub ich muss doch öfter auf den Kopf zielen. Oha. 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 Stop. Haben die was gedroppt? Nein. Komm. Das scheiß Ding hier. Hau weiter. Die letzte Explosion hat den Strom in meinem Bereich abgeschaltet. Du musst den zweiten Container erwischt haben. Ja. Hab ich auch. Einer sollte sich im Bereich des Hauptlabors befinden. Oho. Was ist denn jetzt hier los? Nie alles kaputt machen. Oder kaputt gehen hier. Bitte nicht. Ich bin auch hier drin. Oho. Was ist denn jetzt hier los? Ja. 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 Hallo. Ich hätte gerne ein bisschen Kraft. Hm. Ne. Nicht den Kopf verlieren. Mein Freund. Ja. Bisschen eintönig. Die Tode. Aber scheiße. Und was drauf. Hauptsache die sind tot. Willkommen daheim Soldaten. Aber nicht um. Hier wurden wir wiedergeborgen. Hier werdet ihr sterben. Ich glaube nicht, dass wir hier sterben werden mein Freund. Ah du schon. Ja. Du schon. Du Penner. So. Ich werde ihn kurz hierüber reinfeiern. Der soll noch irgendwo irgendwo irgendwo... Scheibe helle bleibt oder so, ne? Wie kacke wär das denn? Stand clear. Kann ich das jetzt so kaputt machen? Ja, gut, geht doch. Ja, ich muss doch irgendwo... Aaaaah, nein. Okay, jetzt dachte ich, ich bin cool und komm hier durch. Ich muss aber wahrscheinlich hier hinten rum. Oh, wo ist denn hier los? Oder mit euch, besser gesagt. Komm, bin. Ja. So. Eine Granate und das alles ist... Oh, wo ist denn... Oh, verdammt. Oh, ich glaube, wir sollten hier raus. Schnell raus. Knaus. Kistchen. Ja, der Aufzug funktioniert noch, ne? Strom ist gekappt. Aber die Aufzüge funktionieren natürlich noch. Der Lassenaufzug. Ja, braucht gar keinen Strom, so ein Ding, ne? Mit 10 Millionen Tonnen... ...Kampfpanzer drin. Scheißegal. Kennt ihr nix? Oh, 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 oh. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Oh, nicht so hoch. Ah, jetzt habe ich die Steuerung weniger, also hyperaktiv rumwägen. So. Oh, yeah. Okay, das stand sogar als Tipp. In den Kopf macht mehr Schaden als, äh... Nicht in den Kopf. Hm. Ha, 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 ha. Ich möchte euch meiner Nano-Elite vorstellen. Sie sind die ultimativen Krieger ohne die Produktionsfehler der Vorgängertypen. Sie machen euch überflüssig. Na ja. Wenn du mir so anguckst... Sie sehen zwar schick aus, ne? Aber die Granatentüten so trotzdem. Ziemlich AUA. Wolle ich mich selber. Hallo. Das Labor zerstören hier? Ja. Anscheinend schon, ne? Kann ich hier raus? Ich komme hier aus dem Anzug raus. Ich kann hier... ...nicht weiter. Ich kann hier... ...nicht weiter. Ich komme auch hier nicht raus. Muss ich doch hier rein, oder was? Hm. Zurück? Nö. Ich möchte hier mal raus aus dem Anzug. Bitte. Ja. Destroyed. Habe ich doch. Na gut. Dann mache ich hier erstmal kurz ein Ende, um zu gucken, wo ich dann weiter muss, ne? Hau rein. Äh. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder ein. Ich schaue erstmal, wo ich... Wie es weiter geht. Und dann... Dann melde ich mich wieder. Haut rein. Tschüss. Ich schaue mich. Dann muss das nicht los. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Dann warte. Wollen.